Wer hätte das gedacht? Zwei Plünderer wie wir helfen diesen Leuten? Ich habe gemerkt, ich mag diesen Ort. Ich mag die Leute. Das konnte ich noch von keinem Ort behaupten. Cass, du kommst mit uns. Wir beziehen Stellung am Eingang. Rede mit Grant. Er erklärt dir den Plan. Schön, dich zu sehen. Schön, dass du hier bist. Trotz Unterstützung der Republik Erde sind wir in der Unterzahl. Dunkle Materie ist schon furchtbar. Aber mein Bruder ist... Unnachgiebig. Er lässt uns keine Wahl. Viel Glück. Los Leute. Ihr seid fertig in 5... Wir haben nur einen Versuch und der muss klappen. Coop, Tork und Cass werden am Eingang die Aufmerksamkeit der Dunkle Materie auf sich lenken. Ihr werdet sie überraschen, wenn ihr auf dem Pferd des Todes angeritten kommt. Rosas Mac und einige von Arons umprogrammierten Schrottschlägern helfen euch. Wie klingt das? Gut. Soldat. Mach sie fertig. Initiiere Schrottschläger. Sie sind unterwegs, Captain. Möden. Möden. Wir sind am Eingang. Die dunkle Materie nähert sich. Halt zur Bewegung! Der Mack ist in Stellung. Versucht es doch, ihr dunkle Materie-Lutscher. Wir werden euch so heftig in den Arsch treten, dass dieser Tag zum Feiertag erklärt werden wird. Da kommen sie! Jetzt verpasst den Bastarden ein! Alle anderen können kurz durchatmen. Diese Linie. Wer sie überquert, hat sein Leben verwirkt und muss sich im Klaren sein, dass sein Überleben nicht länger wichtig ist. Wir müssen Nimm aufhalten. Wer rübergeht, darf keine Bedenken haben. Sonst werden wir scheitern. Kapiert? Sir! Ja, Sir! Bitte. Hätte ich Bedenken, wäre ich schon längst in Key Diego. Mit einem Drink oder zwei. Grant will, dass du den Eingang hältst. Kannst du das? Ja, Sir! Okay. Gehen wir! Wir müssen zum Terror-Tour! Los jetzt! Öffne die Tür, Archenjäger! Erledige sie! Ziel und sie! Bist auf mich! Alle erledigt! Ziel und sie! Ich bringe uns durch. Richte deine Waffen auf die Tür! Ihr kommt viel zu spät! Erledigt die Mistkerle! Okay, Zeit zu gehen! Und Lufung zur Deckung! Aufstellung, Marina! Ich glaube, mein Schiff war... Eine schwächer Zeit! ... ... ... Das war's für heute. 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 Ich bin das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Dein Widerstand. Das war's für heute. 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 Wie ihr alle. Und ihr war's für heute. Und? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.